Willkommen, Leute, zu einem neuen Wollos-Wort zum Freitag. Ja, Freitag. Freitag ist heute, das Wochenende beginnt. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich vor allen Dingen. Und ja, ihr hoffentlich auch. Und ja, was habe ich für euch hier? So ein paar Kleinigkeiten. Zum einen ganz, ganz, ganz ziemlich geile Neuigkeiten. Ja, die sind ziemlich gut. Und zwar ist es so, die Hitbox-App ist da. Ich weiß, dass ganz viele immer gesagt haben, Boah, fuck, Mann, Alter, das geht auf meinem Handy nicht. Scheiß Stream, stream woanders, Mann. Es geht so nicht. Scheiße. Jetzt ist das vorbei. Wir haben endlich die Hitbox-App. Ihr könnt es jetzt auf euren Android-Phones und so. Könnt ihr das jetzt sehen. Könnt ihr die Streams verfolgen. Ja, wunderbar. Finde ich ziemlich gut. Und würde ich sagen, feiern wir erst mal ein bisschen. Da könnt ihr jetzt ab jetzt kommen. So. Und bei der Gelegenheit wollte ich dann auch gleich sagen, morgen gibt es einen großen Stream. Morgen wird es, wird das wahrscheinlich, es wird, denke ich mal, weiß ich nicht, 14 Uhr, sag ich jetzt mal, wird es losgehen. Und, äh, Open End. Also es könnte sehr lang werden. Ich werde einiges aufnehmen. Ich werde eventuell ein paar neue Projekte anfangen aufzunehmen. Und ich werde wahrscheinlich, äh nicht, wahrscheinlich werde sehr bestimmt auch einige Sachen spielen, die ich dann nur im Stream spiele. Also, die nicht auf YouTube landen. Ja. Das ist so ein Ding. Und ansonsten, äh, muss ich jetzt an dieser Stelle, weil wir sind noch am Anfang des Partys, oder des Videos, des Infovideos, äh, muss ich ganz kurz sagen, ist, äh, ich muss mich entschuldigen, bei allen Leuten, die was von mir geschickt bekommen, wegen Mario Kart Turnieren oder, oder sonst was. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich habe das immer noch nicht losgeschickt, Leute. Es tut mir sehr leid. Ich bin in Sachen, ähm, verschicken, wohl der unzuverlässigste Mensch der Welt. Ja, das, das kann man, kann man eigentlich relativ deutlich so sagen. Das bin ich. Und wie gesagt, es tut mir leid. Ich werde spätestens morgen am Samstag, Samstagmorgen werde ich alles rausschicken. Auf jeden Fall. Und, äh, da könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann, dann kommt das. Und das ist nochmal, tut mir leid. Tut mir leid. Äh, das ist echt, das ist, bin echt so der Typ, wenn das, das müssen Codes sein. Ohne Spaß. Äh, ich muss irgendwelche Codes verschicken, weil sonst, sonst, ne. Ne, einfach über Skype oder Pen-Code rauskloppen und gut ist. So, wenn ich zur Post muss, ist es immer das. Naja, reden wir nicht drüber. Es, äh, tut mir leid an dieser Stelle. Mh, ansonsten wollte ich noch Bescheid sagen, dass, äh, vermutlich nächste Woche, oder vielleicht Sonntag schon, wenn alles gut geht. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Startet das Versus, äh, Volo vs. Kornel in Super Mario 64. Ist komplett abgedreht. Ich warte jetzt auf die Festplatte von Kornel. Der ist auch nicht so der zuverlässigste Schicker. Mal gucken, was daraus wird. Und, äh, dann wird das bearbeitet und dann geht das raus an euch, an die Welt. Und das wird ziemlich cool. Ist ein cooles Projekt. Könnt ihr euch drauf freuen. Äh, wir beide spielen Super Mario 64 zu 100% gegeneinander. Und ihr dürft schon wetten abschließen, wer gewonnen hat. Hm. Das dürft ihr. Und ansonsten nehm ich gleich in ungefähr 15 Minuten, nehm ich schon das nächste Battle auf. Und zwar gegen meinen Bruder. Ja, das nächste Battle wird dann gegen meinen Bruder sein. Ich verrate noch nicht in welchem Spiel, aber der kommt gleich vorbei, damit wir das eben kurz machen. Und das kommt dann schon nach Mario 64, kann ich euch sagen, hab ich gleich schon zwei fertige Projekte auf Lager. Wie cool ist das denn? Das ist, das ist ziemlich hart. Ähm. Ähm, gibt's denn sonst noch was? Das Stream, dann hab ich das gesagt. Ähm. Dann gibt's bald was Neues auf YouTube. Die App verlinke ich euch übrigens hier unten, ne. Da, da ist ein Link zu der Hitbox-App. Das ist ja doch wichtig. Ähm. Es gibt bald was Neues YouTube-technisch. Und zwar ist es bald soweit, wir können 60 Frames-Videos hochladen und ihr könnt auch diese 60 Frames sehen. Das wird super cool. Ich garantiere es euch. Ich habe ja Gott sei Dank, Gott sei Dank, alle haben mich für verrückt erklärt, als ich mir die Möglichkeiten besorgt habe, äh, mit 60 Frames aufzunehmen. Kann man eh nicht sehen, bringt ja nix. Bringt ja nix, follow. Lass es. Ich hab es jetzt. Und, äh, wer zuletzt lacht, lacht am besten, liebe Freunde. Ich kann bald mit 60 Frames hochladen. Yay. 60 Frames. Also die Konsolenspiele werden definitiv 60 Frames sein. Also Wii U, Xbox One, bla, PS3, 4, whatever. Aber das wird auf jeden Fall 60 Frames aufnehmen. Beim 3DS ist es bei mir komischerweise, dass er mir anzeigt, ich hätte nur 55, 54 Frames, also die der 3DS rausgibt angeblich. Das war vorher nicht. Das war irgendwann irgendwann plötzlich. Es ist passiert. Keine Ahnung warum. Aber mittlerweile hab ich halt nur diese paar Frames. Keine Ahnung. Muss man mal schauen, ob da sich da, ob das sich negativ auswirkt oder ob ich, wenn ich aufnehme, dann tatsächlich volle 60 Frames habe. Keine Ahnung. Bei PC spielen. Muss man gucken. Ich hab ne Festplatte mit zwei Festplatten, die im RAID 0 zusammenarbeiten. Das ist jetzt die Frage, ob man dann trotzdem 1080p 60 Frames hinkriegt. Oder ob er da sagt, nein, will ich nicht. Mal schauen. Aber ich garantiere auf jeden Fall bei Konsolenaufnahmen, so Wii U und so dafür. Wenn es dann irgendwann mal bald soweit ist. Da war doch noch was. Tut mir leid, dass man mich nicht sieht. Aber ich hab das hier ein bisschen umgestellt. Dieses Mikro, dass es nicht mehr so schräg von der Seite kommt, sondern direkt vor mir steht. Und jetzt hätte ich den Stuhl ein bisschen höher machen müssen. Was gibt's noch? Ich wollte noch irgendwas sagen, glaube ich. Da war noch was. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Hitbox-App, habe ich gesagt. Stream, habe ich gesagt. Entschuldigt habe ich mich. 60 Frames, habe ich gezählt. Das ist auch so das Wichtigste. Versus kommt. Das ist auch wichtig. Ansonsten, Tipp des Tages. Heute ab 17.30 Uhr, beziehungsweise ab 18 Uhr, zwei Streams, die ich euch empfehle. Zum einen ab 17.30 Uhr könnt ihr bei LP Mirai gucken, streamen. Der spielt, äh, was spielt er denn? Pokémon Bloody Platin, glaube ich. Mario Kart 7. Und ein bisschen Random Shit. Da könnt ihr gucken. Ist verlinkt, logisch. Und dann der Mirror LP, der streamt heute auch. und der streamt Mario Kart 8. Und, äh, wenn ich mich nicht vollkommen verhört habe, dann streamt er sogar mit dem Sozi zusammen. Das ist ebenfalls verlinkt. Der ab 18 Uhr. Könnt ihr euch auch angucken. Und dann morgen könnt ihr bei mir gucken. Und, äh, dann schauen wir mal, ob wir Spaß zusammen haben. Ja, ob wir ein bisschen Spaß haben. Ja, das war's. Ach, ach, fuck, man. Jetzt habe ich das Wichtigste, was ich am Anfang sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Und zwar, ich weiß, der Ton wird voraussichtlich nur auf einem Ort zu hören sein. Ich habe leider keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, ich nehme das auf, mit der Software, mit der ich auch streame. Ne, nehme ich diesen Kram jetzt hier eben schnell drauf. Und, ja, wenn ich streame, ist es auf beiden Seiten. Wenn ich das so aufnehme, ist es nur auf einer Seite. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Leider. Ähm, ich habe es aber schon lange zur Kenntnis genommen, Leute. Aber ich kann es nicht ändern. Und ich denke mir einfach, dass es bei so einem, äh, 8 Minuten Infovideo ein bisschen scheißegal ist, wo ich nur kurz, ein wenig rede. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im Stream, sonst wo, in Videos. Heute kam kein Tomodachi. Morgen geht es mit Tomodachi weiter. Ich hoffe, ihr habt trotzdem, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss. Sieh, Kopf.